So, die Kamera ist erstmal gestört. Speichern. Der darf mich nicht bemerken. Oh, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was soll denn das hier werden? Dann geh ich einfach mal hier rein. Oh. Was ist denn das? Äh, hä? Mann, da hab ich mich erschrocken. Was war das denn? Da kam wieder was aus dem Nichts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt muss ich da... Nichts. Na, wie entdecken die mich denn? Ja, super. Jetzt muss ich was Vernünftiges ran. Ja, geh weg. Wow, wo sind so viele? Aha, der von hinten wieder. Mann. Hätte es vielleicht doch nicht auch schwer spielen sollen. Ach ja. So, jetzt wird gleich wie aus Geschütz rausgeholt. Wo sind die in diesem Raum? Sind die nicht? Ach ja, ich hätte die Rüstung vergessen. Ja, diesmal die Rüstung mitnehmen. Nicht vergessen. Ja, diesmal konnten sie keinen Alarm geben. Und die Vasaalchipkarte. Ja. Ach, Quatsch. Und jetzt hat das hingehauen, oder was? Mein Speicher ist erstmal. Ja, dann kann ich die auch alle... ...liegen lassen. Oh, ne, ne? Juhu, Verbandszeug. Vielleicht wieder speichern. So, was war hier noch? Hier mal eine Tür. Noch eine... Noch eine Bärenfalle, die kann ich natürlich... Kann ich pinkeln? Ach ne, ich bin eine Frau, verdammt. Aber ich kann das Wasser einschalten. Das Waschbeckenwasser. Warm und kalt. Oh, Agentin Archer. Sollten Sie auf General Nikolai Schaukow stoßen, betrachten Sie ihn als optionales Ziel. Er gehörte zum Blablabla. 1944 war an der Umsiedlung der Tschetschenen nach Zentralasien beteiligt und er wird mit verschiedenen Menschenrechtsverletzungen, darunter auch ein besonders grausamer Massenmord, in Verbindung gebracht. Wir möchten, dass er ausgeschaltet wird. Santa. Warum schreibt Santa auf... Äh... Russenpapier. Ah, den soll ich also ausschalten. Ja. Zieh noch was. Die Rüstung. Ja, das ist klar. Ja. Der General verlangt von Ihnen, ihm innerhalb von 10 Tagen eine Durchführbarkeitsmatrix zum Projekt Omega zukommen zu lassen. Bitte besorgen Sie sich ein Zugriffs-Genehmigungsformular im M9-Formularbüro. Oh man, immer so viele Formulare. So, wo ist er? Was ist los? Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Ich bin unbewaffnet. Ja, dann schlaf erst mal. Bitte. Ja, Verbandszoll. Da speichern wir gleich nochmal. Ein Plastikkamm. So, was war hier noch? In diesem Raum beim Menü. So. Ja, hier ist nichts mehr. Mehr speichern ist sinnvoll. Ähm. Hier hinten waren wir, hier waren wir. Waren wir da schon? Oh, ein Geschenk. Yeah. Noch ein Widmiskätzchen, die kann ich gar nicht gebrauchen. Hm, das war blöd. Ich war in diesem... Ach, hier muss ich lang. Äh, dann schau ich erst mal in den anderen Raum nach. Ja, nee, jetzt kann ich auch neu laden. So, wo war das? In dem Raum war ich noch nicht. Wäscherei-Raum. Der ist wichtig. Ah, super. Ähm. Wäscherei-Raum. Juhu, eine Münze. Wäscherschacht. Wieso habe ich den denn nicht getroffen? Einen Schlussmachbrief habe ich gefunden. Oh, nächstes Level. Hauptarchiv-Gebäude. Da geht's wahrscheinlich raus. Warum sagen die gleich hin, wenn die Tür aufgeht? Sehr verdächtig, wenn die Tür aufgeht. Oh mein Gott, ein Kollege kommt rein. Hm. Alles in Ordnung, ne? Ich mach den Papierkram bestimmen. Schwing mich nicht, dich zu jagen. Ich war im Ansehen. Zeig dich. Nein. Was ist passiert? Noch einen Schlussmachbrief. Die machen ja alle Schluss. Es ist mir leid, Genosse. Aber so gibt es Wege. Oh, jetzt bin ich wieder tot. Scheiß. Ist das der General? Ich glaube, das war der General. Ach, ich lasse hier liegen. Aber ich kann nur so viel wegzuschaffen. Irgendwie scheint das nicht ganz zu funktionieren, das mit dem Lesen gerade. Ich bin jetzt hier. Vielen Dank. Du bist neu hier, richtig? Ja. Ja, die hab ich jetzt. Ich weiß nicht mehr genau. Auf einem Regal oder in einem Spiel. Tja, die kann er nicht mehr finden. Ah, hier geht das. Auf. Ne, nach oben noch nicht, aber eigentlich schaue ich doch erstmal nach dem General nochmal Denn dann könnte ich ja auch gleich die Nebenmission erledigen Ja, ein Geschenk Rucksackentsorger Ah, hier ist das Hier ist der Wäscheschacht Ah, cool Wenn man schnell nach unten will, dann geht das da lang Ein zerfleddertes Exemplar von Krieg und Frieden Reparaturanforderungsformular Angeforderte Reparaturen, Loch in Darmtoilette zugibsen Grund der Anforderung, der Anblick unserer ebenen russischen Frauen lenkt schwer arbeitende Männer von ihren Pflichten ab Genehmigt Oberfehl, Hauptsache Igor Ja So viel Formulare Ja, aber dann Nicht gerade eine Tür Wo ist denn der General hin? Ah, hier ist die andere Seite Nein, ist doch nicht die andere Seite Da kann man wieder nicht lesen Aber wir bekommen gute Punkte dafür, das finde ich gut Nein Na, Zuglück Bei der Musik kann man das immer sehr schön hören Ob die gerade jemanden suchen oder nicht Ein Set Sammelkarten Der Sibirischen Hockeyliga Die Musik kann man das immer sehr schön hören 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 Vielen Dank.